Ja, momentan bin ich viel auf Mallorca unterwegs. Ich singe fast... Gibt's da auch einen männlichen Begleiter? Ich mein, beim Bachelor hast du ihn ja leider nicht gefunden, aber suchst du dein Privatleben auch noch nach dem... Und dann schön zu Hause absetzen und tschüss, ja? Also so drei... Wiratet. Und so ein Vieh hast du auch noch nicht gegessen, oder? Auch schon. Aber den Kopf auch beißt noch gerne. Ja, ich weiß. So, jetzt, liebe Gemeinde, jetzt wird's brennheiß, jetzt haben wir sie hier, die amtierende Dschungelkönigin ist in der Nina Bottrop, total schmerzbefreit, noch eine Rauschrecke. Guck, das ist ein Profi, da wo andere keine Krojonis haben, komm. Wahnsinn, ich dreh durch, Melanie Müller! Also, der Lorenz ist ein total geiler Typ und ich finde ihn toll. Okay ... Vielen Dank.